Der FC St. Pauli. Ein Verein, in dem Fußball und Politik, Werte sowie Fans zusammengehören. Große Pokale gibt es keine. Und trotzdem ist das Müllern-Tor-Stadion fast immer bis zum letzten Platz gefüllt. Die Stimmung einzigartig, Fans und Vereine auf der ganzen Welt bekannt. St. Pauli ist mehr als nur Fußball. Aber don't call it a Kult-Club. Ich könnte mir halt nicht vorstellen, auch nur eine Minute zu sitzen bei einem Fußballspiel, was mich interessiert oder bei dem ich irgendwie mitfieber. Das ist mein Herz. Also nach meiner Tochter kommt St. Pauli. Da konntest du verlieren, wie du wolltest. Die Fans haben immer Party gemacht. Also mich stört das dann auch schon, wenn Leute hinter mir auf die Schulter tippen und sagen, setz dich mal hin. Ich kann nichts sehen. Und ich denke so, ey, es ist gerade so spannend. Ich bin nur deshalb aufgestanden. Der Podcast wird euch präsentiert von Kongstar. Auf und neben dem Platz, immer mit am Ball, unterstützt Kongstar, den FC St. Pauli auch bei diesem Projekt. Denn gemeinsam sind wir mehr. Wir love you, schallt es durch das Millern-Tor. In der Liebe zum Verein ist sich die Fanszene einig. Auch darin mitzubestimmen, die Mannschaft zu unterstützen, den Verein zu prägen. Ja, letztlich das pulsierende Herz des Klubs zu sein. Wie der Support gelebt wird, das ist unterschiedlich. Und das ist, wie wir es lieben. Dass Fankurven heute so aussehen, wie sie aussehen, ich glaube, das war immer maßgeblich durch Fans des FC St. Pauli beeinflusst. Und ich glaube auch, dass ein Verein, der sich heute so aufstellt mit diesem Präsidium und diesem Aufsichtsrat, ohne die Fanszene, wäre das nicht so. Der FC St. Pauli und seine Fans. Eine Symbiose, die sich bis ins Präsidium zieht, wie Mike vom Millern-Ton-Blog hier erzählt. Und genau das ist eine Facette des FC St. Pauli, die rund um die Welt für Faszination sorgt. Also wirklich rund um die Welt. Geprägt wird der Verein von seinen Fans. Und bekannt auf der ganzen Welt ist er durch seine Fans. Vom arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Über die renommierte englische Tageszeitung Guardian. Bis zum Kultursender Arte. Klar bin ich mit ins Stadion gegangen und habe mich von den Fans mitreißen lassen, die manchmal sogar auf Französisch singen. Hören Sie. Oder bis zum globalen Fußballmedium Copa90. You have to go there to understand just how different the spirit is compared to a normal football club. Haben sie sich alle schon der Faszination dieses Klubs gewidmet, indem die AnhängerInnen den Verein so sehr verkörpern wie wenige andere Vereine. Christian von Ultra St. Pauli. Warum tragen die Leute in Rio oder in New York? Warum gibt es so viele Klubs? In Athen gibt es zwei St. Pauli-Fanclubs. Warum gibt es in Rania auf Kreta einen St. Pauli-Fanclub? Auf der ganzen Welt Leute, die sich dafür interessieren. Das hat natürlich gar nichts zu tun mit sportlichen Erfolgen, sondern das hat damit was tun, was die Leute auf diesen Verein projizieren. Wofür er steht. Damit geht aber auch eine gewisse Verantwortung einher, wie Paul vom Fanladen erläutert. Und da finde ich gilt es dann auch dem Ideal, was man, wenn man im Ausland unterwegs ist, gespiegelt kriegt von St. Pauli. Das ist natürlich nicht so, weil man idealisiert gerade bei St. Pauli immer viel Reihen. Und dann gilt es irgendwie für den einzelnen Fan oder mich als Mitarbeiter so nah an das Ideal zu kommen, wie es geht. Sicher ist, man hat als St. Pauli-Fan im Urlaub eigentlich immer direkt ein Gesprächsthema, wie Mike sagt. Und wenn man irgendwo hin in Europa fährt, kann man trotzdem immer über den FC St. Pauli sprechen, obwohl wir eine Handvoll Jahre in der ersten Liga hatten und noch nie irgendwas gewonnen hatten außer den Ortsett-Pokal. Vom Bekanntheitsgrad her hat der FC St. Pauli also Champions-League-Format. Allerdings aus ganz anderen Gründen als Borussia Dortmund oder Bayern München. Doch man könnte fast sagen, der größte Gewinn des FC St. Pauli sind seine Fans. Oder anders gesagt. Der FC St. Pauli ist seine Fans. Und wir wären nicht dieser Verein, wenn es nicht diese Entstehungsgeschichte gegeben hätte, die durch viele Zufälle so geprägt worden ist. Das sagt Martin Drust, der sich im Verein um die Marke kümmert. Jetzt könnte man sagen, nur Marketing-Sprech. Aber weit gefehlt. Sven Brux ist seit über 40 Jahren St. Pauli-Fan. Früher Punk, heute Sicherheitsbeauftragter des Vereins, hat Sven die Entwicklung des Vereins hautnah verfolgt und mitgeprägt. All das, wofür St. Pauli heute bekannt ist, wäre ohne Mitwirken, Drängen und Kämpfen der Fans so nicht entstanden. Ob es jetzt ideelle Sachen sind, politische Aktionen, Räumlichkeiten, Gestaltung des Stadions, Wandgemälde, Räumlichkeiten und, und, und. Da haben die Fans sich schon durchgesetzt. Also mehr Mitbestimmung als beim FC St. Pauli wären wir im Fußball nicht bekannt auf der Profi-Ebene. Wir haben unseren Mitgliedern so viel zu verdanken. Die haben diesen Fußballverein zu dem gemacht, was sie sind. Und ich sag mal, das Mindeste, was wir ihnen zurückgeben können, ist, dass sie mit diesem Fußballverein interagieren dürfen, ihn kritisieren dürfen, uns Feedback geben dürfen, wo sie nicht so glücklich sind. Und Oke Göttlich, der Präsident des FC St. Pauli, spricht hier etwas an, was die Fanszene sich auch nicht nehmen lässt. Damals wie heute. Es wird und wurde immer wieder beharrlich diskutiert, gekämpft, sich engagiert. Wie wichtig bei St. Pauli die Mitbestimmung der Fans ist, könnt ihr übrigens in Folge 1 nachhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wo wir gerade dabei sind? In Folge 2 erfahrt ihr mehr über die politischen Werte, die die Fans in den Verein gebracht haben. All das zeigt schon, viele Fans des FC St. Pauli sind unbequem, kritisch, konsequent politisch und Unglaublich lebendig, unglaublich lustig. Ich habe, glaube ich, selten so viel gelacht in meinem Leben oder nie in meinem Leben so viel gelacht wie damals. Sehr kreativ, sehr politisch, sehr selbstkritisch auch. Also immer wieder mit Diskussionen und Debatten und so, aber mit einer großen Bereitschaft irgendwie auch, sich mit sich selber und der eigenen Rolle auseinanderzusetzen. Und natürlich, um das nicht zu vergessen, auch immer wieder am Fußball interessiert. Aber das andere spielte eben auch immer eine große Rolle. Das war Barbara Figge, die zusammen mit Sven Brux in den 80er Jahren Teil der aktiven Fanszene war. Damals wurden auch mal sehr eigene, kreative Wege gefunden, um die Mannschaft trotz Hindernissen zu unterstützen. Sven Brux erinnert sich in dem Zusammenhang an eine ganz besondere Auswärtsfahrt. 1994. Die FC St. Pauli-Fans fallen auf, hören Punkmusik und sind politisch links. Auseinandersetzungen, gerade in Ostdeutschland, sind da eigentlich vorprogrammiert. Eigentlich. Nächste Woche Heimspiel, das ist das nächste Auswärtsspiel, Zwickau. Also, oh, Alter, Zwickau, wo ist das überhaupt? Und Osten und schon wieder Nazis. Und es wird aber übel, nach den Erfahrungen, die wir wahrscheinlich auch die Spiele davor schon gehabt haben, in anderen Städten dort. Was machen wir denn? Und irgendwie, man kennt das ja, den ganzen Tag schon ein paar Bier getrunken und dann kommen die besten Ideen. Und ohne, dass es den Begriff Mottofahrt so gab, haben wir das halt so verabredet und gedacht, dann machen wir genau das Gegenteil. Was erwarten die? Die erwarten so einen Haufen ranziger Punker, die da aus dem Bus stolpern. Und jetzt bieten wir denen genau das Gegenteil. Also, die Damen im kleinen Schwarzen und die Jungs alle im Anzug und mit entsprechender Ambiente. Und der Bus ist erst mal vorbeigefahren, weil der wollte ja St. Pauli-Fans aufsammeln. Da standen nur 50 adrettgekleidete Leute rum. Aber im Bus nur klassische Musik. Piccolöchen. Wir hatten alle die Financial Times und so Zeitungen gekauft und hatten so Spielhandys besorgt. Es gab es aber schon als Spielgerät. Man konnte da so draufdrücken, da kamen so Töne raus. Und in der Tat, vor dem Stadion stand echt ein Riesenmob Zwickau und wartete auf uns. Und dann fuhr der Bus einfach an die Menschen. Da war auch keine Absperrung oder gesonderter Gästeeingang, sondern mittendrin. Ausgestiegen. Normalerweise würde die Szene genau an dieser Stelle eskalieren. Aber nicht dieses eine Mal in Zwickau. Und die so, was ist das, haben die sich verfahren? Die haben uns nicht angegriffen, haben uns auch nicht erkannt. Ins Stadion, nur Quatsch gemacht. Wir haben euch was mitgebracht. Geld, Geld, Geld in den Nachbarblock und so ein Scheiß. Wir haben dann Börsenkurse vorgelesen. Das Spiel war irgendwie langweilig. Aus dieser Financial Times. AEG plus 3,7. Alle in ihre Spielzeughandys kaufen, kaufen. Also ein Riesenspaß. VIPs on Tour wurde der Spaß damals genannt. Heute sitzen echte VIPs in den Logen im Millern-Tor-Stadion. Die Mottofahrten sind geblieben. So geht es noch heute jede Saison einmal im Sonderzug verkleidet auf Auswärtsfahrt. Wenn auch zugegebenermaßen nicht immer alle mitmachen. Aber was macht es denn nun eigentlich heute aus, St. Pauli-Fan zu sein? Gar nicht so einfach, das in wenige Worte zu bringen. Und sicherlich hat da jede und jeder von euch auch eine ganz persönliche Antwort. Das hier haben einige unserer GesprächspartnerInnen gesagt. Und wie würdest du die Fans in drei Worten beschreiben? Vergiss, das geht nicht. Okay, wir wissen, dass es fast nicht möglich ist, die St. Pauli-Fans zu beschreiben. Lassen sich doch nicht alle in einen Top werfen. Aber neben tausend anderen Attributen sind sie meistens eins. Laut. Wechselgesänge durchs ganze Stadion. Gänsehaut. Doch so kollektiv laut es hier klingt, die St. Pauli-Fans sind natürlich keine homogene Masse. Es gibt auch nicht den einen St. Pauli-Fan, sondern es gibt da wirklich eine sehr große Bandbreite an Leuten, die da hinrennen. Und das Schöne ist eben, das Verbindende tatsächlich dann der Sport, der Fußball auch. Es hat bei St. Pauli auch etwas damit zu tun, dass man eine gewisse Grundhaltung zumindest teilt. Und das ist, glaube ich, so attraktiv daran, auch den Totenkopf zu tragen als Emblem, weil das eben auch eine politische Botschaft ist, die man sendet und dass man anderen Leuten eben das Signal gibt. Oder wenn ich irgendwo anders unterwegs bin und ich sehe jemanden im Totenkopf-Pullover, dann ist die Chance zumindest deutlich größer, dass ich mit dem irgendwie Sachen gemein habe, als wenn er meinetwegen ein Trikot des HSV tragen würde. Die Verbundenheit der Fans geht also, wie Medienchef Patrick Gensing sagt, über den Fußball hinaus. Das heißt aber bei weitem nicht, dass sich alle immer einig sind, wie FC St. Pauli-Fan Pat ausführt. Ich glaube, die Komplexität der Fanszene macht es aber auch teilweise kompliziert. Und ich glaube auch, dass wir im Kompliziertsein einmalig sind, weil wir viele Stimmen haben, die das Gleiche wollen, sich anders ausdrücken. Aber auch das finde ich halt bereichernd, weil nur so kannst du halt auch wirklich alle Wege ausloten und Projekte nach vorne bringen. Den Verein und Projekte nach vorne bringen. Das wollen vermutlich nahezu alle. Christian von USP. Der FC St. Pauli ist in meiner Vorstellung ein großes Konglomerat von Leuten, die die Welt besser machen wollen, auf jeweils ihre Art. Und wir zeigen der Mannschaft, wir stehen hinter ihr, wir verkörpern die Werte von St. Pauli, wir repräsentieren St. Pauli. Das wird, glaube ich, jeder, die an 25.000 Leute im Stadion würden, das für sich claimen, das so zu tun. Und jeder hat sicherlich die Idee, ich mache irgendwie einen Unterschied. Und schaut man sich die aktuellen Heim- und Auswärtstabellen an, ist dieser kleine, aber feine Unterschied wohl nicht ganz wegzudiskutieren. Ein Heimspiel ist deswegen ein Vorteil, weil wir alle da sind oder weil Fans da sind, weil es eine gewisse Atmosphäre gibt, die den Gegner auch einschüchtert oder die dafür sorgt, dass die eigenen Spieler mit ein bisschen mehr breiter Brust nach vorne gehen. Ich würde sagen, das ist ein Grundelement von Fankultur, was hoffentlich alle teilen. Die Fans als wichtiges Faustpfand. Das sehen auch Medienchef Patrick Gensing und Ex-Trainer Timo Schulz so. Von daher, glaube ich, ist das einfach eine Riesenstärke, eine Aura sozusagen, was viele Leute sehr beeindruckt und was ja auch wirklich toll ist, wenn man dort am Müllern-Tor ist. Gerade in schwierigen Phasen, wenn das Spiel mal am Kippen ist, wenn man vielleicht zwei, drei schlechte Aktionen hatte, rote Karte gegen dich, was auch immer. Schiedsrichter wieder mal, Mist gebaut. Und dann kommen unsere Fans und der Müllern-Tor-Raw und es wird nochmal nach vorne gepeitscht. Meistens reicht ja schon eine Ecke für uns. Das pusht dich natürlich. Das ist ja überhaupt nicht wegzudiskutieren. Und dabei ist es nicht so entscheidend, ob als Teil der aktiven Fanszene oder nicht, sitzend oder stehend, Student oder Rentner, Fan oder Ex-Torhüter. Du hast den Banker neben den Streetworker sitzen. Das verbindende Element bleibt der FC St. Pauli. Du hast, ohne jetzt irgendwas zu werten, aber du hast Menschen aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Kulturkreisen, vielleicht sogar aus verschiedenen Religionen. Leute, die die Offenheit der Gesellschaft einfach auch feiern und unterstützen, die demokratisch oder die Demokratie unterstützen. Ja, und diesem politischen Kosmos oder in diesem Mix aus vielen freien und offenen Menschen einfach. St. Pauli hat Philipp Herwagen gepackt und nicht mehr losgelassen. Obwohl er nicht mehr hier spielt, ist er auf St. Pauli geblieben und vom Spieler zum Fan geworden. Schnecke, also Jan-Philipp Kaller, ist nicht nur selbst Fan, sondern auch zum Liebling der Fans, zum Fußballgott geworden. Die 27, den kennt ihr jeder, das ist Jan-Philipp Kaller und ein Mann. Von zugeschickten Videos nach Verlesung der Mannschaftsaufstellung, ja, ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl. Ist genauso wie beim Einlaufen unter Hellsbelts auch immer noch ein Gänsehaut-Moment und einfach, weil ich glaube zu wissen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass die Fans und die Zuschauer jemanden so benennen oder das machen die nicht einfach nur so, glaube da. Um sowas nachgesagt zu bekommen, hat man schon ein bisschen was dafür getan. Du suchst dir deinen Fußballverein nicht aus. Der Spruch von Nick Hornby stimmt vermutlich für 99 Prozent der Fußballfans. Aber beim FC St. Pauli passt das oftmals nicht. Vielleicht teilen auch deshalb hier nahezu alle ähnliche Werte. Da geht es mir, Oliver Rohrbeck, ganz genauso wie Mike vom Millan-Ton auch. Ich habe mir dann irgendwann den FC St. Pauli ausgesucht und ich glaube, dass es schon ganz viel damit zu tun hat, eine innere Haltung dazu zu entwickeln, was Fußball, Gesellschaft, Politik, Lebensumstände, alles zusammen eben ausmachen rund um diesen Verein, der eben doch anders ist als andere. Und das macht, glaube ich, das aus, dass es eben nicht nur damit getan ist, alle zwei Wochen oder meinetwegen auch jede Woche, wenn man auswärts fährt, einmal 90 Minuten sich ein Spiel anzugucken, sondern dass es ganz viele Teile des ständigen Lebens auch berührt. Und auch wenn eine bittere Niederlage einem echt mal den Tag versauen kann, so schnell lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Das ist sogar wissenschaftlich belegt, wie Martin Drust weiß. St. Pauli-Fans, und das wissen wir aus vielen Studien, sind Menschen, die das Auf und Ab des Lebens akzeptieren können und keinen Eskapismus betreiben. Durch einen Fußballverein. Also nicht einen Fußballverein brauchen, um ihr eigenes Leben aufzuwerten. Und so ist es denn eigentlich, dass ich eher sagen würde, die Auf und Abs beim FC St. Pauli gehören dazu. Und so ist das ja auch mit hier, Thes Ullmann, mit seinem Lied, und Tragik ist wie Liebe. Und bei St. Pauli gibt es kein Happy End. Denn wenn es hart auf hart kommt, halten sowieso alle Fans zusammen. Im Kern geht es ja eben darum, zum FC St. Pauli zu stehen, auch wenn der Wind zunimmt. Gerade in sportlich schlechten Zeiten zeigt sich oft, wie nah einem der Verein geht. So eine Relegation ist dann tatsächlich so ein Zeitpunkt, wo du immer wieder merkst, wie viel du von deinem eigenen mit diesem Verein verbunden hast auch. Also wie nah er dir in der Zeit geworden ist und wie viel du da auch reingelebt, wie viel Herzblut da einfach drin ist auch. Wie für Barbara Figge ist der FC St. Pauli für viele eine Konstante. Ein lebenslanger Begleiter. Ein Kumpel. Oder eine Liebe für immer, wie Bela B., Schlagzeuger von Die Ärzte, sagt. Also Fußball ist insofern ein alter Kumpel von uns allen, zumindest von den meisten Leuten, die das nicht von Kind auf an schon ignorieren. Denn Fußball begleitet uns ja immer. Und ja, letztendlich ist das eine Liebe, die auch bleibt. Ich habe ja nur meine Lebensdauerkarte, die einzige Heirat meines Lebens, die ich eingegangen bin. Und da werde ich auch bis in die 4. Liga mitgehen. Auch für Brigitte vom St. Pauli-Eck ist St. Pauli mit das Wichtigste in ihrem Leben. Es ist mein Herz. Also nach meiner Tochter kommt St. Pauli. So ganz klar. Also das... Oder meinst du, ich lasse mir auf meine alten Oberarme alles satirieren? Nein, das wird gar nicht anders gehen. Du könntest mir auch, oder hättest mir auch vor 20 Jahren irgendwie ein anderes Clubhaus anbieten können. Wäre nie gegangen. Nein. Dann wäre ich lieber Flaschen sammeln gegangen. Nein. Nein. Das wäre eine Lüge für mich in meinem ganzen Leben gewesen. Ob man will oder nicht, der Verein holt einen immer wieder ein. Wie Fettes Brot, Bela B., Markus Wiebusch und Carsten Friedwissen. Fußball. Fußball. Mein alter Kumpel Fußball. Ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube an dich. Fußball. Fußball. So unterschiedlich die Fans sind, so unterschiedlich zeigt sich auch die Art und Weise des Supports in den verschiedenen Kurven des Stadions. Für Henning von USP ist das genau richtig so. Jedes Stadion ist groß genug, um unterschiedliche Bereiche und damit auch unterschiedliche Interessen zuzulassen, warum Leute zum Fußball gehen. Und dass das so auf eine Art und Weise in der Regel eben durch vier Tribünen unterteilt ist, finde ich gut. Dann können Leute stehen. Oder ich könnte mir halt nicht vorstellen, auch nur eine Minute zu sitzen bei einem Fußballspiel, was mich interessiert. Oder bei dem ich irgendwie mitfieber. Aber aus unterschiedlichen Gründen möchten Leute gerne sitzen. Und das finde ich auch super. Ich kenne ja auch Leute, die Sitzplätze haben, aber stehen zum Beispiel. Und ich kann auch nachvollziehen, warum einige Leute eben viel, viel mehr fokussiert aufs Spiel sind. Viele Fans, wie auch Pat, haben sogar schon von allen Tribünen und Kurven im Millern-Tor aus das Spiel verfolgt. Unter anderem natürlich auch, weil es wahnsinnig schwer ist, an Karten zu kommen. Ich bin ja tatsächlich in jeder Kurve des Stadions gewesen und habe da fast diverse Lebensphasen absolviert eines Fußballfans. Jetzt, na gut, in der Haupttribüne, da landet man mal immer wieder. Und immer wieder mal macht das dann noch Spaß. Aber das Zuhause oder mein Herz gehört dann schon den drei anderen Kurven. Damit ist Pat nicht alleine. Martin Drust geht da ganz ähnlich. Zum einen finde ich VIP-Bereiche gut, weil sie dich natürlich irgendwie prima versorgen. Aber es ist dann doch was anderes, als wenn man dann drüben auf der Gegend gerade ist mit seiner Bezugsgruppe. Also mit den Leuten, mit denen man seit Jahrzehnten irgendwie da ist und die tatsächlich auch supporten und Fußball gucken. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch ein bisschen emotional beim Fußball. Und was ich denn teilweise, sag ich mal so, was meine Emotionen angeht, kann ich das nicht auf der Haupttribüne immer unbedingt so rauslassen. Und das ist auf der Gegend gerade dann eher möglich. Die Bedürfnisse, wie man ein Fußballspiel im Stadion erleben möchte, sind natürlich unterschiedlich. Die eine gibt 90 Minuten Vollgas, dem anderen ist die Stadionwurst heilig. Und der nächste tauscht sich mit seiner Bezugsgruppe darüber aus, was im Leben des anderen gerade so los ist. Was am Millern-Tor im Vergleich zu anderen Stadien total besonders ist, die vielen, vielen Stehplätze. Von insgesamt 29.546 Plätzen sind nämlich 16.940 Stehplätze. Hälfte Stehplätze auf drei Seiten. Alle, die uns besuchen, beneiden uns da drüber. Und wenn die Gegend gerade den mal loslegt, wenn sie loslegt, das hat ja auch ordentlich Wumms, weil da die meisten Leute nun mal sind. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, machen wir doch mal eine kleine Stadion-Tour und stellen euch die unterschiedlichen Kurven einmal vor. Fangen wir mal bei den Sitzenden an. Der Haupttribüne. Der gesittete Kuchenblock. Ein Kuchenblock im Stadion? Was soll das denn sein? Ex-Trainer Timo Schulz und Moderator Mike Nöcker erzählen, was es damit auf sich hat. Ich glaube, der Name Kuchenblock ist entstanden, weil tatsächlich früher mal eine Präsidentenfrau vorm Spiel Kuchen gebacken hat. Und der wurde dann dort verkauft, einfach um noch ein paar Mark damals einzunehmen. Und der Name wurde übernommen und der war auch sehr treffend, sehr passend. Und ich bin aber ehrlich gesagt nicht wegen dem Kuchen hingegangen. Meistens auch nicht wegen dem Spiel, sondern weil es Freitagsabends war und es gab ein leckeres Bierchen. Also war immer ein toller Auftakt, um danach auf Kiez zu gehen. Die Haupttribüne war ja immer der Kuchenblock damals, so hieß er, als es noch die alte Gegend gerade gab. Es gab drei Tribünen. Die gehörten zusammen auf eine gewisse Art und Weise. Da war die komplette DNA des Vereins vertreten. Und dann gab es die Haupttribüne. Und das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise immer noch so. Vizepräsidentin Christiane Ollander stand früher genau auf einer dieser drei Tribünen. Der Gegengerade. Doch mit dem Präsidentenamt kam auch der Umzug in den Kuchenblock. Seitdem ich ins Präsidium gewählt wurde und da für die Stadionsicherheit auch zuständig bin, sitze ich auf der Haupttribüne immer direkt an der Treppe. Wenn irgendetwas ist, wenn irgendetwas passiert, wo meine Anwesenheit benötigt wird, ich ganz schnell rauskomme. Also auf der Gegengeraden würde ich nicht schnell genug zum Ausgang finden. Auch BLAB hat einen Sitzplatz. Doch so annehmlich und gemütlich es auf der Haupttribüne auch sein mag, manchmal reißt es BLAB aus den Sitzen raus. Also mich stört das dann auch schon, wenn Leute hinter mir auf die Schulter tippen und sagen, setz dich mal hin, ich kann nichts sehen. Und ich denke so, ey, es ist gerade so spannend. Ich bin nur deshalb aufgestanden, weil ich nicht mehr sitzen kann, weil das gerade so abgeht in den letzten Minuten. Das sind natürlich alles so Sachen. Oder wie mein Freund Armin sagt, Sitzen ist für den Arsch. Nichtsdestotrotz bereue ich es nicht. Und inzwischen, ich leiste mir auch noch eine zweite Dauerkarte, um halt immer mal jemanden einzuladen und als Support für den Verein. Und da nehme ich auch öfter meinen Freund Armin mit. Und der freut sich dann auch mal, ein Spiel komplett mit freier Sicht zu sehen. Sitzen oder stehen? Für Christiane Ollander eine gar nicht so leichte Entscheidung. Um das auch ganz klar zu sagen, es ist mir schwer gefallen, vom Stehplatz auf einen Sitzplatz zu wechseln. Und ich musste am Anfang das Sitzen auch tatsächlich üben, wie so eine Erstklässlerin. Ich musste mich dann immer zwischendrin hinstellen und woanders hingehen. Mittlerweile kann ich das ganz gut sitzen beim Spiel, aber es gibt immer noch Situationen, wo ich mich dann stehend wiederfinde. Das ist so drin. Und das kann man auch dann tatsächlich offensichtlich nicht ändern. Jetzt ist es so und basta. Von der Nordkurve über die Gegengerade bis hin zur Südtribüne dominieren die Stehplätze. Die Nordkurve bildet eine stabile Einheit gegen die Gäste und verschmilzt mit der Gegengerade zu einer riesigen stehenden Menge. Pat gehört dazu. Wenn ich essen gehe, setze ich mich hin. Wenn ich irgendwo chillen möchte, setze ich mich hin. Ich setze mich an der Bushaltestelle hin. Ich warte auf was. Und in dem Moment, wo ich stehe, vertrete ich eigentlich einen Standpunkt, eine Sache oder bin gerade im Aufbruch. Und ich glaube, dass diese Körperhaltung des kollektiven Aufbruchs dann dazu führt, dass wir halt auch wirklich dann eine richtige Macht sein können. Also es gibt halt nicht mehr diesen Zwischenschritt, ich muss jetzt aufstehen, ich mache mich eventuell sichtbar, sondern dann sind wir halt auch eins. Und das macht es, glaube ich, auch aus. Und das macht dann auch diese tollen Lautenspiele so laut, wie wir dann halt sind. Früher war die Gegengerade das Epizentrum des Lautensupports. Barbara Figge, Brigitte und Sven Brucks erinnern sich an den sagenumwobenen Millern-Tour-Raw. Ich glaube, weil der Raw sich immer so toll anfühlte. Es war wirklich so toll, in diesem Rahmen, mit diesen Menschen, in diesem Stadion, diesen Fußball zu leben, zu hören, zu sehen, zu riechen ja zum Teil, zu fühlen, wenn du das Bier an den Haaren hattest oder so. Aber tatsächlich ein Teil davon zu sein. Also für mich ist Gegengerade sehr prägend gewesen. Und dann hat man sich angesungen, dann wurde zurückgesungen und dann hat das ganze Stadion gesungen. Ob das die Haupttribüne war, die Opis, nein. Aber jetzt ist es schon ein bisschen anders. Aber für mich war Gegengerade immer der Pulk, wo ich rein konnte und wo alles gut war. Da konntest du verlieren, wie du wolltest. Die Fans haben immer Party gemacht. Da war immer eine gute Stimmung. Also für damalige Verhältnisse vergleichsweise gute Stimmung. Das war auch soweit okay. Das hat sich meines Erachtens dahingehend geändert. Heute wird schon sehr viel mehr auf den sportlichen Erfolg geguckt. Und die Stimmung im Stadion unterscheidet sich durchaus auf hohem Niveau. Und das führt dazu, dass die Lautstärke der Fans auf der Gegengerade je nach Mannschafts-Performance durchaus unterschiedlich sein kann. Das sieht auch Gegengeraden-Gänger Pett so. Es gibt total motivierte und emotionale Spiele, wo dann auch das Mülland-Horror ganz klar zu spüren ist. Aber es gibt halt auch Spiele, wo ich einfach mich im Kreis drehe, mir einen Kopf fasse und manchmal das Gefühl habe, so ein, zwei, drei Freundinnen und ich sind da irgendwie in einer ganz anderen Welt als um mich rum. Das ist halt sehr leise dann auch. Und das finde ich halt sehr traurig. Also ich denke auch, dass wir in der Gegengerade eigentlich das Potenzial haben, noch viel, viel lauter und emotionaler zu sein. Brigitte ist auch nicht immer zufrieden mit der Performance der Gegengerade. Vor allen Dingen nicht, wenn sie mit dem Rücken zum Spielfeld stehen, kann ich ja gar nicht drauf. Oder mir erzählen, wie man häkelt. Ich will Fußball gucken. Auch Tim und Mike vom Millan-Ton, die selbst Dauerkartenbesitzer auf der Gegengeraden sind, üben Kritik. Da sind ganz schön viele alte, weiße Männer, das muss man schon so sagen. Und die Stimmung ist dann leider auch nicht mehr so, wie sie vielleicht früher mal war, wo sie zu Beginn des Block 1 der Singing Area mal war. Nichtsdestotrotz, ich finde immer, wenn die Gegengerade einmal loslegt, dann sieht man oder hört man immer, was da für eine Wucht hinterstehen könnte. Sie entwickelt es nur leider viel zu selten und wenn dann doch mal, dann immer nur leider viel zu kurz. Also die Gegengerade, muss man sich mal vorstellen, das war ja früher sozusagen das Herz von der Fanszene von St. Pauli und ist dann ja, als die Südkurve fertig war, sind ja sozusagen, sind die aktiven Supportgruppen sind rüber in die Süd und dann ist ja der, ja klingt jetzt irgendwie doof, der inaktive Teil ist ja auf der Gegengeraden geblieben. Aber ich finde, das merkt man auch jetzt schon noch. Also die Gegengerade ist, wie du sagst, in vielen Phasen kann die schon ganz schön anziehen, aber größtenteils halt auch nicht. Um das einmal ganz deutlich zu sagen, die Gegengerade kann richtig loslegen und es gibt tolle Choreos, Gesänge und aktive Fans wie den Supportblock Gegengerade, die sich für eine bunte und lautstarke Tribüne einsetzen. Aber mit dem Neubau der Südkurve sind viele der ganz lauten eben ab in den Süden. In der Gegengerade geblieben sind laut Martin Drust nicht unbedingt die jungen Wilden. Die Gegengerade hat halt genau das gleiche Thema, was es insgesamt in der Gesellschaft gibt. Die ist alt geworden. Zum Großteil. Da sind die Leute mit gewachsen, sag ich mal so, mit alt geworden. Und das will ich auch niemandem vorwerfen. Nur die hat natürlich nicht mehr diese Power im Moment zumindest, wie sie früher irgendwie mal hatte, als alle, inklusive Mia, 30 Jahre jünger waren. Und ich muss mich immer echt so ein bisschen so zusammenreißen, weil da, wo ich bin, da habe ich bei vielen den Eindruck, die gucken irgendwie so das Spiel. Aber da denke ich, Mensch Leute, wir spielen hier gegen Darmstadt. Das ist der Bellenführer. Wir wollen hier jetzt noch gewinnen. Und du sagst nicht ein Piep. Auch wenn in der Gegengerade vielleicht nicht mehr alle ganz so jung sind, auf die Party kommen sie trotzdem noch, wie Betriebsratsvorsitzender Hendrik Lüttmer sagt. Wir haben, glaube ich, ein Nachwuchsproblem. Die Gegengerade ist so ein bisschen so, also früher hat man mal gesagt, das wäre die Küche auf einer Party. So, das fühlte sich da so an, weil es gab ja wahnsinnig viel Kritik, dass da so viel geredet und gesappelt wird. Aber es war ein großes soziales Miteinander. Es war ein bisschen wie halt die Küche. Heute würde ich sagen, die Küche ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ich glaube, das Besondere an den Leuten ist, dass sie immer noch da sind, obwohl sie echt schlechten Fußball über 30 Jahre gesehen haben. Wenn die Gegengerade die Küche des Stadions ist, ist die Südkurve der Dancefloor. Debbie von Milan Thun steht im Gegensatz zu ihren Kollegen in der Südkurve. Die Südkurve ist halt die Kurve der Ultras. Das würde ich jetzt mal so an sich sagen. Da sind natürlich auch noch viele andere Gruppen und Einzelpersonen in der Südkurve. Und da ist dann schon aktiver Support gewünscht. Also wenn man jetzt nicht so viel Lust hat auf aktiven Support und viel mit Gesinge und viel an Choreos vielleicht auch mitzumachen und so weiter, dann ist man da vielleicht falsch. Das sehen auch die USP-GründungsmitgliederInnen Henning, Christian und Julia so. Das ist eine Kurve der Ultras. Und seit vielen Jahren entscheiden sich alle Menschen dafür, das so mitzutragen. Da kann ich dann wenig akzeptieren, wenn dann Leute sagen, ich möchte dich jetzt aber gerne wie beim Phil Collins-Konzert mal vielleicht so ein bisschen mitschnipsen. Aber ansonsten gucke ich aufs Feld und möchte auch nicht so viel Ärger dafür kriegen, wenn ich es nicht machen möchte. Im ersten Schritt ist es nicht zu warten, ob die Mannschaft einen Heimsieg einfährt und dann dreht noch mal fünf Minuten bei der Ehrenrunde das gesamte Stadion durch und so laut wie in dem Spiel davor 90 Minuten nicht. Das ist nicht mal, dass ich das den Leuten nicht gönne. Da haben wir einfach eine andere Auffassung davon, was diese Stimmung im Stadion eigentlich soll. In der Südkurve gibt es, anders als im restlichen Stadion, organisierten Support. Vorsänger und TrommlerInnen geben 90 Minuten lang den Takt vor, auch wenn es auf dem Platz mal nicht so gut läuft. Die Organisation kann schwäche Phasen im Stadion ganz gut auffangen, weil dadurch, dass man Vorsänger hat, dass man einen Haufen Leute hat, die im Kern eigentlich im selben Modus sind, die Lust drauf haben. All diese Dinge, die eigentlich Stimmung unterstützen sollen, sorgen dann im Kern dafür, dass da nie nichts ist und immer Angefunkte bestehen für Reststadion und darauf mit einzusteigen. Genau, und das ist ja ein Kerngedanke von Ultra, genau das zu wollen, dieses weg vom spielbezogenen Support und hin zu organisiertem Support, der dann über so Spielphasen auch mal hinwegtragen kann, im besten Fall. Und ich nehme mich genau dafür sorgt, dass es nicht dann totenstill wird und alle Leute Bier holen. Innerhalb des Ultrablocks ist klar, dass durchgängig gesungen wird. Steht man aber nicht mittendrin im Pulg, ist das gar nicht so einfach. Ich glaube, wenn man Teil von diesem Mikrokosmos ist und wenn man in der Südkurve steht, im Mittelblock oder wenn die Südkurve einen guten Tag hat in der ganzen Kurve, dann macht das Spaß, das Unterstützen der Mannschaft und das Singen, schon zehn Meter weiter, wenn man nicht Teil des Ganzen ist, fällt es sehr schwer, mit einzusteigen. Also ich kann das gut nachfühlen, dass jemand in der Gegend gerade, der das vielleicht sogar cool findet, was in der Südkurve passiert, nicht jetzt bin ich hier der Einzige bei der Flur, der die Hände hochreißt und seine Nebenleute jetzt mal alle einhaken und jetzt hüpfen wir mal und sowas. Sind die Ultras deswegen besser? Nein. Anders trifft es wohl am besten. Doch eine laute Gegengrade wünschen sich auch die Ultras. Wir würden uns ja gar nicht beschweren, wenn in der Gegengrade oder in anderen Stadienbereichen 90 Minuten spielbezogen das Support gemacht hat im Sinne von jetzt brauchen die Mann Kick und jetzt kommen mal knackige Come on, you boys in Brown-Rufe und in Phasen, wo wir 3-0 führen, stimmen die dann in die Sänge der Südkurve ein. Da würde ja niemand sagen, nein, auf keinen Fall, wir machen nur das, was wir für richtig halten. So ist es ja gar nicht. Doch so richtig vorstellen, wie das mit dem spielbezogenen Support in der Realität aussehen soll, kann sich Julia das trotz aller Sympathien für die Gegengrade nicht. Ehrlich gesagt, ich finde, spielbezogener Support funktioniert nicht. Dann nimmt es einen positiven Spielverlauf auf und verstärkt ihn nur aber dieses komm jetzt mal richtig und jetzt versuchen wir da nochmal so ein bisschen den Push zu geben, das passiert in meinen Augen da nicht oder viel, viel zu selten und ist deswegen in meinen Augen nicht das Erstrebenswerte, wie ich mein Fan-Dasein definiere und wie ich das Thema Ultra definieren würde. Wir haben eine andere Art, unser Fan-Dasein auszuleben. Uns wurde ja immer so unterstellt, wir werten das so stark. Ich würde es mal komplett offen lassen, was besser ist, aber es hat eine Situation geschaffen, wo Leute sich ihren Style suchen konnten. Und das ist, glaube ich, nach wie vor das, was die Südkurve ganz stark unterscheidet von anderen Stadienbereichen, dass man sich unter so einer, im Kern unter so einer Idee gesammelt hat, wie das eigentlich aussehen soll in so einer Fan-Kurve. Im oberen Bereich der Südkurve spürt man davon allerdings nicht mehr ganz so viel. Martin Drust. Da sind auch Loge mit drin und auch Business Seeds, aber halt auch die Ultras, also USP im Fokus vor allen Dingen. So die aktive Fanszene. Ich glaube, je nachdem, wen man fragt, findet man das mal gut, weil die Stimmung ist immer super auf der Süd. Also ich glaube, deshalb sind auch viele VIPs gerne da. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich irgendwie gezündelt wird oder die Fahnen hochgehalten werden, dann kann man auch nicht so gut gucken. Und dann gibt es auch mal welche, die das nicht so gut finden. Ob die VIPs trotz Choreos und Fahnen gut sehen können oder nicht, hat bei Ultra St. Pauli wenig Priorität. Was heißt es eigentlich, Ultra zu sein? Ultra, würde ich sagen, ist eine Facette davon, die nochmal eine andere Art von Unterstützung der Mannschaft oder eine andere Art von Lifestyle oder Mentalität dahinter hängt. Dass man sagt, wir beschäftigen uns auch unter der Woche mit unserem Verein, mit der Entwicklung unserer Gruppe, mit der Entwicklung unserer Fanszene, arbeiten in Projekten mit und haben eine, sagen wir mal, vielleicht weiterführende Idee als das reine Fußball-Fan-Dasein. Man muss natürlich nicht alles gut finden, was zur Ultra-Subkultur gehört. Aber zu sagen, bunte Choreos finde ich gut, Pyro aber nicht, das funktioniere nicht, wie Christian sagt. Ultras gebe es nur im Gesamtpaket. Dass man dann eben aber kein Rosinenpicken dabei betreibt und sagt, okay, da hat jetzt mal ein witziges Spruchband gemacht, das finden wir jetzt gut und da ist jetzt aber irgendwie was passiert, den Spruch mochten wir nicht, das sind jetzt keine Fans. Es ist dann eben auch oft USP, die den ein oder anderen kreativen Gesang mit ins Fangesang-Portfolio bringen. So wurde kurzerhand der Die Ärzte-Song Teenager-Liebe zu einem der, wie ich finde, schönsten Fangesänge umgedichtet. Für St. Pauli-Fan und die Ärzte-Schlagzeuger Bela B. ein Ritterschlag. Und dann kam irgendwann dieser Chor. Ich denke, die Ultras haben den Text verfasst und fand ich super. Ich weiß gar nicht, das ist schon eine Ehre. Also mehr geht dann eigentlich nicht. Also Aus dem ursprünglichen Text In meinen Träumen tanzt sie mit mir wurde In meinen Träumen bist du Europa-Cup-Sieger. Zugegeben, eine ganz schön waghalsige Wortakrobatik, wie auch Bela B. findet. Es ist sehr mutig. Wenn die Ärzte denn alle drei Fußballfans wären, hätten wir nicht besser machen können und hätten das dann genauso gemacht. Ich war sehr, sehr gerührt, auch als unser Stadionsprecher, als seine letzten Worte im Stadion liefen und er auch diesen Fangesang zitiert hat. Und wer weiß, vielleicht hätte es die Ärzte ohne den FC St. Pauli gar nicht so lange gegeben. Also ich meine, der FC St. Pauli ist ja auch mit Schuld daran, dass es die Ärzte wieder gab. 1993, fein Urlaub war, zu der Zeit mal Gast bei einem Spiel und war so beeindruckt, dass da, also da lief in der Spielpause ein Lied von uns. Er hat dann beobachtet, wie viele Leute das mitgesungen haben. Und das hat ihn gerührt und er meinte irgendwie, okay, wir sind tatsächlich nicht vergessen. Wir haben da zu dem Zeitpunkt vier oder fünf Jahre nicht mehr, wir waren aufgelöst und haben nicht mehr gespielt. Es gab inzwischen eine Wiedervereinigung und er ist davon ausgegangen, dass sich niemand mehr an uns erinnern kann. Und das hat er dann im Stadion am Millern-Tor anders erlebt und hat kurze Zeit später mir einen Brief geschrieben, ob wir es nicht noch mal zusammen versuchen wollen. Der Rest ist dann Erfolgsgeschichte. Vom Europa-Cup-Sieg träumen auf St. Pauli selbstverständlich nicht nur Männer. Julia, Debbie, Sandra, Christiane und Barbara sind einige der vielen Frauen in der Fanszene. Und dennoch. Das ist eine männerdominierte Szene. Ich erinnere mich auch an Auswärtsspiele, wo ich tatsächlich die einzige Frau im Bus war. Das gab es schon. Ganz grundsätzlich sind es aber sehr viele. Wir sind halt schon sehr, sehr viele Frauen im Stadion und im Viertel und so weiter, aber sich nicht unbedingt trauen, in gewisse Positionen einzunehmen, wie jetzt vielleicht auch im Verein oder vielleicht irgendwie auch in der Fanszene oder so weiter. Weil wenn halt auch noch nicht so viele andere Frauen da sind, dann traut man sich vielleicht nicht und denkt da vielleicht auch gar nicht so drüber nach. Und deshalb ist die Sichtbarkeit von Frauen so wichtig, wie Aufsichtsratsvorsitzende Sandra Schwedler betont. Wenn du halt keine Vorbilder hast, wird es halt für junge Frauen wahrscheinlich schwierig sein, irgendwie zu denken, ah cool, das will ich auch mal machen, das kann ich. Doch dass Frauen in solche Positionen kommen, liegt nicht nur in der Verantwortung der Frauen selbst. Und dass halt auch die Männer vielleicht auch sehen, komm, wir können ja auch vielleicht mal gucken, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass es für die Flinter einfacher ist, zu uns zu kommen zum Beispiel. Flinter, das steht für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nicht-Binäre, Trans- und Agenda-Personen. Natürlich gibt es auch jetzt schon viele Frauen, die innerhalb der aktiven Fanszene wichtige Positionen einnehmen. Ich glaube, was es vor allen Dingen auch ausmacht, ist, dass wir immer schon von Stunde Null viele aktive Frauen hatten. Das heißt, wenn man als junge Frau oder junges Mädchen dazukommt, hat man es auch gesehen. Und das macht, glaube ich, den entscheidenden Unterschied, dass man merkt, okay, die sagen das nicht nur, sondern es ist auch so, dass eine Frau, die Choreo organisiert oder das Sagen hat, wenn es um gewisse Dinge geht oder, oder, oder. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und Julia betont dabei, dass es bei USP aber auch generell keinen Unterschied machen sollte, welches Geschlecht du hast. Es war uns immer sehr, sehr wichtig, nicht nur die Frauengruppe bei USP zu sein, sondern wir sind halt Ultra-Sankt-Paulie wie alle anderen auch und wir besetzen genau dieselben Positionen wie alle anderen auch. In den 80er-Jahren sah das alles noch etwas anders aus. Barbara Figge hat da gerade den FC St. Pauli für sich entdeckt und ist in der Frauenbewegung aktiv. Wohl gemerkt, ich kam ja frauenbewegt aus Marburg. Wir hatten ein lila Pfändchen dabei mit einem Frauenzeichen und einem Sektglas in Gold drauf. Das waren meine Anfänge im Stadion tatsächlich. Und da war das Stadion nicht wirklich auf Frauen vorbereitet. Aber du hattest da zum Beispiel das Problem, dass es, glaube ich, im Gesamtstadion auch nur eine einzige Frauentoilette gab. Nicht nur die Toilettensituation war problematisch. Auch im Millern-Tor ist es vorgekommen, dass Männer sich Frauen gegenüber wirklich daneben benommen haben. Aber immerhin. Frau konnte es ansprechen und sie bekam da auch männliche und weibliche Mitstreiterinnen, wenn irgendwas war. Das ist so das, was das Besondere und das Positive und das, weshalb sicherlich auch viel mehr Frauen im Stadion waren, ausgemacht hat. Das galt aber natürlich nicht für immer, weil so ein Fußballstadion und das Ganze drumherum hat auch in den meisten Fällen was mit Alkohol zu tun. Und unter Alkoholeinfluss kann das alles ganz anders aussehen. Mittlerweile ist mindestens das Bewusstsein ein anderes, wie Debbie sagt. Ich bin in der Kurve und stehe da rum und fühle mich total wohl und habe da auch selten irgendwie blöde Situationen. Aber jetzt zum Beispiel dann auch letztes Jahr in Rostock, da war ich da mit meinen Mädels und dann waren da auch so zwei Typen, die dann meinten, ja lass mal woanders hingehen, hier stehen ja nur Frauen und da war ich auch total überrascht. Und genau, deswegen kann ich natürlich nur für mich sprechen. Also es ist auf jeden Fall schön, aber mit Sicherheit passieren da doofe Sachen, die auf jeden Fall, ja, sich verbessern müssten. Es wird mehr darüber diskutiert, sich mehr Gedanken darüber gemacht, wie das Spieltagserlebnis für alle StadiongängerInnen Spaß bringt und sicher ist. Insgesamt ist jetzt auf jeden Fall gut, dass der Diskurs überhaupt da ist, dass sich da was verändert. das war ja bis vor kurzem noch nicht so. Das ist jetzt auf jeden Fall, ja, durch Awareness-Gruppe und so weiter, da kommt ja jetzt, ja, also man denkt einfach sehr, sehr viel darüber nach, man, es ist auf jeden Fall noch nicht alles perfekt und auch, ja, an sich finde ich es aber sehr gut, dass das Thema jetzt immer, ja, weiter in aller Munde ist und dass man, obwohl es schon viel gut ist, noch einiges besser werden kann. Dafür setzt sich neben der Fanszene auch der Verein ein. Oke Göttlich formuliert die Ziele des FC St. Pauli hier klar. Dinge anzuschieben, Prozesse zu begleiten, zu sagen, wie sieht denn Awareness oder ein Safe Space Stadion aus? Wie gehen wir in diese Themen rein? Wie verhandeln wir die mit den Menschen, die ins Stadion kommen? Prozesse anzuschieben ist oft eine Initiative der Fans, die an den Verein herangetragen wird. Aber wer ist denn eigentlich der Verein? Viele der offiziellen Akteure kommen selbst aus der Fanszene, was die Kommunikation und das Verständnis füreinander und für die Themen erleichtert. Patrick Gensing. Wir verstehen uns schon als so eine Art Repräsentanten, auch der Fanszene, der Fans, der Mitgliedschaft, die eben auch das Privileg haben, für den Verein zu arbeiten und die Aufgabe haben, im Sinne des Vereins zu agieren. Und es schadet vermutlich nicht, als Sicherheitsbeauftragter auch mal die andere Perspektive erlebt zu haben. Auch für die Arbeit im Fanladen, der allerdings unabhängig von den Vereinsstrukturen agiert, ist das von Vorteil, wie Fanladen-Mitbegründer Sven Brucks hier beschreibt. Die wissen, wovon sie reden. Die wissen, wie ein Polizeiknüppel im Gesicht schmeckt. Die wissen, wie eine 20-Stunden-Auswärtfahrt sich anfühlt, was da für Probleme sind und wie man sie womöglich lösen kann. Und haben dadurch eine eigene Street-Credibility in ihrer Klientel. Auch Vizepräsidentin Christiane Ollander stellt klar, dass Aufgabe des offiziellen Arms des Vereins immer auch sein muss, die Werte umzusetzen, die vor allem die Fans so sehr prägen. Wir sind ein gewähltes Gremium und wir basteln nicht an den Werten, sondern wir haben diese Werte umzusetzen. Das ist selbstverständlich, dass wir uns daran halten und dass diese Werte des Vereins auch meine Werte sein müssen. Sonst kann ich diesen Job gar nicht ausüben. Das ist ja selbstverständlich. Nicht nur das Präsidium, gerade auch der Aufsichtsrat, dem Sandra Schwedler angehört, trägt die Fanperspektive in den Verein. Und auch im Aufsichtsrat haben wir ja Leute, die alle aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation das Recht haben, in diesem Aufsichtsrat zu sein, die aber halt auch Fans sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das macht diesen Verein auch aus. Ich stehe ja auch noch immer auf der Gegengrade und bin da halt auch einfach Teil des Blockes und nicht irgendwie als Aufsichtsratsvorsitzender. Der Wechsel vom Fan, auch offizielle Aufgaben im Verein zu übernehmen, ist trotzdem eine Veränderung, die wohl besonders krass ist, wenn es bis hoch ins Präsidium geht. So eine Position bringt auch mit sich, dass Worte anders abgewogen werden müssen. Oke Göttlich. Ja, also du bist in deiner Funktion Unfreier. Fansein ist am Ende auch bei Niederlagen so schmerzhaft die sind und je so doll sich dein Bauch dann zusammen krummelt und man ein ganzes Wochenende schlecht drauf ist. Du bist als Fan natürlich freier, sowohl in der Meinungsäußerung, in der Bewertung, in der Draufsicht, auch in der Flapsigkeit, in der Direktheit. Und als ein Organisationsleiter, Funktionär, wie immer man es nennen will, bist du ja schon viel abstrakter und analytischer, muss natürlich auch der Rolle gerecht werden, dass es öffentlich beachtet wird, was man sagt und dementsprechend musst du natürlich auch ein bisschen auf die Worte aufpassen und das ist auch immer ein schmaler Grad. Die Menschen auf St. Pauli wollen eine ehrliche, geradlinige, transparente Art und Weise, die ich super gern liefere, aber du fällst natürlich auch, wenn du immer total geradlinig, ehrlich und transparent und einfach so frei nach Schnauze sprichst, da kannst du auch ordentlich auf die Selby gefliegen und das macht dann ordentliche Schramm. Und das wird auch von der Fanszene und vom Fanladen erkannt, wie Paul erzählt. Eigentlich ist das ein sehr gutes Zusammenarbeiten und wenn Oke ein Statement macht als Präsident des FC St. Pauli, dann ist das eben ein Statement, was er als Präsident des FC St. Pauli macht, was auch so absolut richtig ist. Da muss ich nicht hinterstehen als Fanladen. Ich weiß aber, dass ich danach mit Oke oder dass wir danach mit Oke uns hinsetzen können und ihm sagen können, das und das fanden wir scheiße und er wird sagen, ja okay, merke ich mir, habe ich mitgekriegt und fürs nächste Mal machen wir es vielleicht anders. Dennoch kann es mitunter auch heftige Kritik am Präsidium und anderen Offiziellen des Vereins geben. Unbequem zu sein, zu hinterfragen und auch mal mit was nicht einverstanden zu sein, ist aber vermutlich eine sehr wichtige Aufgabe der Fans. Man darf nie so integriert sein in professionelle Prozesse, in Entscheidungen, in alles Mögliche, dass man sich verbiegt. Und ich glaube, das ist das, was wir immer austarieren und wo wir immer sehr, sehr allergisch sind. Ich glaube, dass so eine Subkultur wie Ultras, genauso wie andere Subkulturen, in gewisser Art und Weise eine Unbequemheit nicht verlieren darf und eine Rotzigkeit nicht verlieren darf und ein Straightforward nicht verlieren darf, auch sich mal rausnehmen darf, zu sagen, nö, das finde ich jetzt einfach mal scheiße. Und gerade dann, wenn die Fanszene mit Problemen konfrontiert wird und beispielsweise mit der Polizei aneinander gerät, wünscht sich Tim vom Millan-Tonblock mehr Solidarität von offizieller Seite des Vereins. Aber diese Solidarität mit der Fanszene, die ist enorm wichtig, nämlich gerade in solchen Fällen, wenn es der Fanszene nämlich schlecht geht. Die Fans stehen hinterm FC St. Pauli, supporten ihn, sind stolz darauf, den FC St. Pauli zu repräsentieren. Aber in solchen Fällen, wo die Fans ja im Grunde eine Unterstützung brauchen vom Verein, da hat es selten geklappt, dass das dann so auch sofort passiert ist. Und das finde ich total schade. Dann gilt es, mit dem Verein ins Gespräch zu kommen. Und da ist die Nähe der Vereinschefetage zu den Fans oft absolut hilfreich. Die Wege sind da schon ein bisschen kürzer. Inwiefern wir darauf einwirken können, keine Ahnung. Das wird mit Sicherheit auch den Verein irgendwie beeinflussen und ja natürlich auch viele, die uns lesen. aber inwiefern wir da einen Einfluss drauf haben, finde ich ganz schwer zu sagen. Aber das gehört auch dazu. Der Verein muss abwägen, unterliegt verschiedenen Sachzwängen und muss erst genau prüfen, was eigentlich passiert ist, bevor er Stellung bezieht und Dinge bewertet. Es müssen auch mal Entscheidungen getroffen werden, die aus Fanperspektive eher unverständlich scheinen, wie Paul vom Fanladen sagt. Wenn der Verein von Fans gefühlt wäre, wäre es chaotisch. Dann wäre es super unstringent und wir würden keinen Profifußball bei St. Paul spielen. Da bin ich mir recht sicher. Also nicht, dass Oke und alle, die im Verein arbeiten, nicht auch irgendwie Fans sind, aber sie haben eine professionellere Distanz zu diesen oder sie haben ihre Emotionen lassen sie hoffentlich zu Hause, so gut es geht. Arbeitsteilung also. Unsere Aufgabe ist eben dann, die Haltung des Vereins so zu beeinflussen, dass sich am Ende irgendwie alle noch in die Augen gucken können. Also weiß ich nicht, die Statements, die der Verein gegeben hat, die wurden zum Teil in der Fanszene kritisiert, das haben wir dann aufgearbeitet und versuchen, das in Zukunft anders zu handhaben. Auch Oke Göttlich sieht das ähnlich. Ich glaube schon, dass die Menschen einem abnehmen, dass man hier kein abgehobener, Millionenverdienender Fußballfunktionär ist. Ich glaube trotzdem, sehen das natürlich einige und das ist eben auch St. Pauli und das ist auch wichtig. Die müssen in mir den Präsidenten sehen wollen, damit sie weiter unangenehm bleiben können und das ist auch wichtig. Also das ist schon auch, die müssen und dürfen mich richtig kacke finden in meiner Funktion. Nur so entwickeln wir uns als FC St. Pauli auch weiter. Und darum geht es ja, Fans und Funktionären den FC St. Pauli weiter nach vorne zu bringen. Und das erwartet euch in der nächsten Folge. Viele Originale sind weg. Menschen, die noch mit Seefahrt zu tun hatten. Harponiers, die noch Wale harponiert haben, habe ich kennengelernt. Es stank erbärmlich. St. Pauli ist ja der Ort, wo alles passiert in Hamburg, gefühlt. Also da kommen alle Menschen hin, die gehen da aus. St. Pauli macht das Stadtteil aus. St. Pauli lebt mit dem Fußball, mit uns allen. Der FC St. Pauli wäre ohne den umgebenden Stadtteil St. Pauli nichts. Also er würde nicht funktionieren. Wenn euch diese Folge gefallen hat, aktiviert die Benachrichtigungen in eurer Podcast-App und lasst eine Bewertung da. St. Pauli, St. Pauli! Dieser Podcast ist eine Koproduktion von MML und dem FC St. Pauli. Redaktion Carla Reweland, Luca Beckmann und Nils Babbel. Audioproduktion Florian Damm und Jonathan Schmidt. Lektorat Christoph Nagel und das FC St. Pauli Museum. Coverdesign Mike Lauer.